Okay. Silben. Guten Tag, Silber. Gucken, ob das jetzt irgendwas hier geändert hat. Wir müssen doch irgendwie da rüberkommen können. Ah, ich seh's. Ich seh's. Alte 4. Zurück. Fishing Abort. Ich hab's gesehen. Ja, ich... Ja. Nee. Ja. Nein. Rückwärts. Das andere vorwärts. Ja. Ich hab die Kette gesehen. Und jetzt eigentlich noch ein Kristall. Wieso sagt man das? Klopp, meine... Yes. Nee, es reicht noch nicht. Und drüben ist nämlich noch ein Kristall. Wieso ist da ein Herz? Demi Moore. Ja. Jetzt können wir schon eher über den Teich reden. Das hat doch irgendwas zu bedeuten, dass hier so ein Herz drin ist. Jetzt können wir uns aber hier freier bewegen. Das ist noch viel wert. Ich brauch noch mal ein Schiffchen. Ich brauch noch mal ein Schiffchen. Ich bin mal Boot. Ich brauch mehr Anlegestellen. gucken, ob er auf der Drache auch okayig ist. Weil es ist sonst hart. Dann hätten wir zwei Drachen und eine Berserkerseele innerhalb von zwei Stunden gemacht. Also, nicht mal. Einer. Einen Halb vielleicht. Wunderbar, wie sehr dumm ich mich jetzt bei dem Drachen anstelle. Wunderbar, wie sehr dumm ich mich jetzt bei dem Drachen anstelle. Vogel! Wie komm ich da ran? Oh je. Oh je. Sieht aus, als könnten wir an dem Strand anlegen. Wo komm ich ran? Mal Weitwurf. Wurf! Da oben. Er ist zurück. Wir finden einen Weg hoch. Bruti! Ja! Vielleicht vorne und hinten nicht und der hat irgendwie gerade richtig Bock. Vielleicht hab ich ein Feuerball im Rücken. Safe call. Dann müssen wir mal alle Türen öffnen. Na nicht ran. Nicht, wenn ich den Drachenrücken hab. Gehen die an? Aber von hier kommen wir bestimmt nicht durch, oder? Doch. Das ist mal eine Tür, die von unserer Seite auf ausgeht. Von unserer Seite aus aufgeht. Vorrücken. Erstmal kaputt machen, würde ich sagen. Okay. Die lassen mich hier nicht in Ruhe arbeiten. Nö, Bruti! Erledigt! Ach, deswegen steht da ne Ecke drin. Ja, das könnt ihr mir doch mal sagen können. Ich seh das. Nein. Nein, das zählt von der Seite nicht. Oh, mich nicht. Der macht böse Aua. Zählt nicht. Jetzt zählt er. Das ist mir ein bisschen zu hot hier. Aua. Brenne ich schon wieder. Wir leben noch. Das ist die Hauptsache. Was ist denn noch hinter mir? Mensch, wie viele denn noch? Ich habe schon einen Drachen. Dann habe ich Feuer geborene Drauge. Reicht doch. Oje. Ganz schön viel Leben verloren. Nee, Brudi, lass mal. Oh nein, ich sehe etwas, was du nicht siehst. Fällt mir nicht. Minwalt haben wir den nur noch gefunden. Schlag auf Schlag, ey. Jetzt kann ich nach Vorkwanderer gehen. Zunächst eine Frage. Du wolltest dieses Tal zu deinem Zuhause machen. Was hielt dich auf? Ich erinnere mich. Dieses Tal. Es stand am Rande der Verwüstung, als ich es fand. War es ein Krater, wie du ihn jetzt siehst? Nein. Aber die Stadt war im Trümmer. Zerborstenes Glas, zerstörte Gebäude. Hier konnte man kein Zuhause finden. Hast du die Ursache der Zerstörung gesehen? Ein Kampf, wie ich ihn nie zuvor gesehen habe. Ich weiß noch, wie Metall im Sonnenlicht zusammensteht. Thor erschwan seinen Hammer. Aber eine bemerkenswerte Axt zog mit. Diese Axt? Gehörte sie einer blonden Kriegerin? Ja. Sie war Furchterin. Ich weiß noch, sie trug Handschuhe und schwang die Axt mit größter Präzision. Niemals gab es eine Waffe wie mir in dir. Nein, aber mit dieser Axt und dieser Kriegerin bestritt Thor den Kampf seines Lebens. Okay, wir lernen hier gerade viele Sachen über die Frau. Es war Faye, die gegen Thor kämpfte. Es war mehr als nur ein Kampf. Klingt, als hätte Mutter Thor besiegt. Anscheinend gibt es viel, was ich nicht über sie wusste. Und jetzt ist sie tot. Mag sein. Aber ihre Geschichte hier ist noch nicht zu Ende. Nein, wir haben noch einige Seelen vor uns. Aber dann hat sie auch voll bei dem krassen Krieg mitgemacht. Ich sehe keinen Rahmen. Was denn? Eine Nonnentruhe. Wo ist der Rest? Das ist gemein. Ich stelle mir jetzt jedes Mal so einzelne Statuen hin. Ich weiß nicht mal, wo die Truhe steht. Da hinten ist noch eine. Da ist die Truhe. Ah, warte. Ich glaube, ich habe gerade andere Probleme. Ist das ein Spiel für sie? Aber... Abgehört, die brennt gut. Aua, den hab ich verdient. Ach nööööö. Schon wieder? Ein taktischer Rückzug. Weichei. Die ungezähmte Wut. Wie kommt's? Geflohene Warnen. Familien haben sich in diesem Urwald vor den Asen versteckt. Die Einherja suchten. Aber gefunden hat sie die ungezähmte Wut. Nach drüben hat sie sie dezimiert. Bis alle tot waren. Der Apfel. Uns fehlt noch einer. Schade. Der Urwald. Der Rückzug ist strategisch. Okay, da kommen wir nicht hoch. Wir sind jetzt nicht den ganzen Weg für eine Nonnen-Truhe. Und einer Kriegerin gegangen. Ich glaub, der Drache hasst uns mittlerweile auch einfach nur noch abgrundtief. Irgendwo müssen wir doch aber Richtung Drache kommen. Er ist halt direkt hier drauf. Ist das frustrierend. Ich hab doch safe schon wieder was übersehen. Aber ich hab doch jetzt... Oh, warte. Axelbar. Axelbar. Kommt mit. Hier gibt's doch eine Anlegestelle. Die Frage ist, warum gibt's diese Anlegestelle? Wo hab ich den Drachen übersehen? Wir müssten halt schon von dort oben... Wie? Hier. Mann, die Säule sah verdächtig aus. Aber nicht von Anfang an. Okay. Gelegt viel Leben. Das gefällt mir nicht. Wo ist er? Geh ihn nicht. Du bist ja voll schön. Aber das wusstest du wahrscheinlich. Ziel auf den Hals. Oh. 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 Danke. Oh. Müssen wir jetzt hier in der Arena spielen? In a while haben wir... Pass auf! Okay, sie gibt wirklich sehr viel Leben. Achtung. Hinter dir! Oh. Ja, ich hab's gemerkt. Auf der Säule ist er nicht angreifbar. Ah. Ich hab's gemerkt. Ah, ist er. Okay. Habe ich schon. Wir müssen auf zu viel Nachtzeiten gleichzeitig feiern. Hinter dir, Vorsicht! Habe ich? Oh nein, nicht das Vogelfieh. Das kann sich gleich ganz dolle verkrümeln gehen. Warte. Ich habe gedodged. Oh nein. Nein, 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 nein. Es tut weh, es tut weh, es tut weh. Ich habe doch gedodged. Ich bin unter Salmon. Aber okay, we know how it works. Jetzt haben wir ihn. Hoffentlich. Alle Guni sind sonst drei. Es war wirklich krass. Ich habe den Anfang zu sehr verkannt. Er kriegen wir hin. Totally machbar. In kleinen Feuerspeier lese ich die Leviten. Aber gehöre ich. Und ich glaube Speer ist einfach gerade so strong. was macht man, wenn wir��en. W자가 bei mir unter der.' Komm hier. йppppppppppppp. See hoch. Zeh hoch! Volker! Ziel auf den Hals. Da! Naja, wieder Wens. Berg. Cool. Wir müssen sie töten, okay? Ah, okay. Der lag irgendwie ganz hoch, lieber. Dann gehen wir mir. Oh Mann, so viel passiert hier. Ist das dein Ernst? Hättest du bitte aufhören, den Fokus so random zu wechseln und einfach den scheiß Ticken Nugget vor deiner Nase machen, Rudi? Okay. Als ob seine Ultimate über meine geht. Mann! Weg mit dir! Ich bin sonst nicht so zu Drachen, aber der war ja wirklich... Puh! Okay, das haben wir auch. Ich darf den Vogel nicht vergessen. Da. Da war er. Hier auch sollte es doch gehen. Nur noch sechs Stück, dann hätten wir alle. Okay. Äh. Oh je. Ich stimme immer auf, wo wohnen hier. Ähm. Dann. Wir haben alle Odinsraben hier. Wir haben noch eine unentdeckte Sache. Den wir wahrscheinlich nur mit einer Quest kriegen. Schraubsteiner mit Drachenjagd haben wir auch completed. Ich frage uns, was ist das Unbekannte? Das ist etwas, was ich gerade nicht sehe. Die Sonnen drüber hatten wir. Okay. Was man nicht weiß, kann man nicht jagen. Ganz einfach. Hier können wir noch lang, genau. Den hatten wir uns noch frei gemacht, den Weg. Vielleicht ist hier noch das Unentdeckte. Oder ist es einfach Shotcut? Oh Gott. Äh. Es sind aber noch overall zwei Drachen. Und die sind im Dschungel. Wir sind im Dschungel noch lange nicht durch. So blinken das so. Weiß nicht mehr. Äh. Wir gehen mal auf die andere Seite. Und dann müssen wir wohl oder übel nochmal in den Dschungel rein. Weil wie kann ich da zwei Drachen über sein haben? Da muss ich ganz schön blöd gewesen sein. Grat, das wäre wirklich ein guter Hunter. Ein Monster Hunter. Hier steht da nur noch der Krug. Ich habe so viele Portale mit einer Wolle in dieser Welt. Das ist so groß. Dass ich das zu allen anderen fühle. Ich kann nicht halbwegs uncompleted hier gehen. Geht nicht. Man könnte halt einfach durchrushen. aber ne. Nicht, wenn wir jetzt schon die eine Welt sogar auf 100% haben. Da geht auf jeden Fall noch mehr hier. Ah Tür, wo bist du? Da bist du. Ja. Die Frage wo, wie, was. Das ist nicht dein Ernst, was da oben ist. Vielleicht nicht. Wieder nicht. Aaaaah. Aber ne. Aaaaah. Ach das andere N. Warte. Was ist das denn? Wieso verstecken wir die hier also? Das ist eine Kampfansage. Aber die war jetzt hier. Die andere ist dort. Das ist doch das E, was wir schon haben. Die letzte ab hier links sein. Das ist doch unser E, ne? Ja. Das ist das E muss hier irgendwo links sein. Irgendwo versteckt. Diese Höhle macht die wahnsinnig. Sie ist da, aber sie hat keinen Value. Sie hat keinen Nutzen. Wo bist du? Ich glaube, ich nehme Buchstaben. Das müssen wir doch irgendwo sehen. Der Bär liegt jetzt auch hier schon länger da, oder? Ich glaube, ich bin blind. Aber die muss links sein. Safe call. Das ist... Das ist die andere Richtung. Und das hier müsste, glaube ich, das Versteck von unserem Bambi-Friend sein. Da glaube ich. Da weiß ich, wie oft wir dir nochmal begegnen müssen, bevor wir ihr hier begegnen. So, wie kam ich nochmal hier hoch? Ich glaube, hier vorbei. Und hier hoch. Ach ja, ich habe mir das offensichtlich übersehen. Ich habe mir das offensichtlich übersehen. Ein Horn. Da fehlt uns auch wieder eins. Aber wir sind fleißig. Kriegen wir auch noch voll. Ich meine, wir sind weinsen. Nein, wir sind weinsen. Wer ist Terminung? Wir sind weinsen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020